Ab dem 16. Dezember 2013 ist diese hier angebotene Zwei-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die gut gepflegte Dachgeschosswohnung liegt in Preußdorf. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und einen Außenparkplatz. Die Dachgeschosswohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 59 Quadratmetern. Die Kaltmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 465 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020